Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, heute spielen wir mal wieder mit bei einer wunderbaren Mary Kiss Kill Ausgabe. Diesmal von Simon Will, von seinem neuen Kanal, Freunde. Simon Will Freunde, jetzt natürlich erst einmal Freunde, alle rauf gehen. Ich habe extra Freunde, ich zeige es euch nochmal hier ein kleines Tutorial für euch vorbereitet. Hier, das müsst ihr alle machen. Geht alle auf den Link in der Beschreibung, auf den Channel von Simon Will. Freunde, klickt drauf und lasst ein Abo da mit Jonas Ems zusammen, Leute. Sie spielen Mary Kiss Kill. Ich bin sehr gespannt, Leute. Wir werden so wie immer mitspielen. Ich habe sehr Lust. Und wir werden herausfinden, Freunde, mit welchem YouTuber oder welcher YouTuberin ich am ehesten befreundet sein möchte. Freunde, wir schauen rein. Ich bin sehr gespannt. Die neue WG, Alter. Es ist cool zu sehen. Ich bin auf jeden Fall hyped auf den neuen Channel. Ich freue mich sehr drauf. Deswegen geht alle rauf und lasst, wie gesagt, ein wunderbares Abonnement da, Leute. Los geht's. Ganz kurz bevor das Video losgeht, ich muss kurz was sagen. Ach, ihr könnt euch alle machen. Alles gut. Ja, ihr wolltet ihr Video auch machen. Übrigens, Video, wie wir unser ganzes Wunsch um einrichten, ist das nächste Video nach Freitag raus. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert und das bringt mich auch schon zu dem nächsten Thema. Tut es. Und zwar, es ist ja ein neuer Kanal und ich glaube, einige haben das vielleicht noch nicht so ganz verstanden. Es sind so fies, oder? Für alle, die es noch nicht gesehen haben, unten steht noch Freunde. Das ist der andere Simon Will-Kanal. Ja, das ist, das ist top, okay. Ich glaube, ein paar Leute haben das irgendwie so ein bisschen übersehen, aber wenn man unten unter dem Video auf den Kanal guckt, dann steht da Freunde. Also, es ist ein neuer Kanal. Und ich kann bei mir in der Analytik sehen, dass 75% der Leute noch nicht abonniert haben. Also, falls ihr die Videos hier nicht verpassen... Ey, Real Talk, das ist bei mir ungefähr genau die gleiche Zahl. Bei mir sind es, glaube ich, 73% der Leute, die meine Videos schauen, haben nicht abonniert. Und, Leute, schenkt mir, aber vor allem auch Simon Will auf seinem neuen Kanal ein paar Freunde. Ja? Danke, Leute. ...wollt, dann solltet ihr auch diesen Kanal abonnieren. True. ...wollt, was ich gesagt habe. Okay, ich habe ein Promo-Move. So, Jungs, das macht euch dann weitergucken. Und euch viel Spaß mit dem Video mit. Wann willst du richtig gar nicht mal darüber nicht hören? Ich weiß nicht. Das wird ein richtiges Knaller-Video, Leute. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Nice Centro. Damit läuft die Aufnahme. Ja! So, Freunde, krass. Wir sind angekommen im ersten Freunde-Video. Ah, geht es gerade schon los? Es geht jetzt gerade. Ey, ist es voll cool. Ich weiß, dass ihr euch noch nichts mit dem Video starten will. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich hätte mich jetzt auch noch so auflaufen lassen müssen. Freunde, das hier ist der erste Mensch... Haben die beiden jemals noch ein Video gedreht? Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich soll das Freunde mal ausprobieren. Das ist nur eine Testfreundschaft erstmal. Wahrscheinlich wird daraus nichts mit meinem Video sehen. Genau, der ganze Kanal geht ja quasi darum, dass ich Freunde finden will. Ja. Ja, jetzt versuchen wir es. Voll cool. Was, glaube ich, echt cool ist, um auch so eine Freundschaft zu starten. Um so zu testen, okay? Wir gehen jetzt erstmal gleich zusammen ins Bett eine Runde. Denkt dran, immer eine frische Unterhose anzuziehen. Wir haben jetzt hier alle Geschüsse mit ganz vielen Namen gespielt. Ey, Leute, ich spüre, dass euch das aufgefallen ist. Die Clips von Simon werden so diese neuen Monte-Clips, ja? Monte hat eine Zeit lang echt dominiert mit seinen Clips. Man erster Stelle freue ich mich einfach für Mermit, Digga. Und dann kommt jetzt Simon langsam rein, Alter. Menschen, die wir wahrscheinlich alle kennen. Sowohl Männlein als auch Vibeline. Ey, das ist cool. Das ist das Besondere. Hier haben wir ganz viele verschiedene absurde Situationen drin. Die Vorlage war, F***, Mary Kill arbeiten viel geiler und kreativer. Also hier sind ganz viele Situationen drin. Hier sind Menschen drin und diese Menschen muss man in diese Situation reinbringen. Und zwar mit einem selbst. Okay, ich habe es sehr kompliziert. Ah, ey, das ist ja viel cooler. Das ist ja viel cooler. Ey, krass, Mann. Viel cooler. Man sieht drei Personen. Genau, das muss ich auch sagen. Drei Situationen. Und man muss sagen, okay, mit welcher Person will man welche Situation am liebsten machen. Genau. Und die Situation, äh, ja, die sprechen durch. Ey, viel cooler. Viel nicer. Okay. Willst du anfangen, oder? Ich bin gespannt, Leute. Wie fändet ihr das Schnick-Schnack-Schnuck-Ding aus dem ersten Video eigentlich zur Tradition machen? Hier, der Verlierer fängt an. Der Verlierer beginnt. Ja, das ist ja... Deswegen, Freunde, ich mache immer so, wenn man bei Schnick-Schnack-Schnuck gewinnt, der Gewinner darf aussuchen. Der Gewinner darf aussuchen, wer gewinnt, äh, huch, Leute, huch. Der Gewinner darf aussuchen, was passiert. Der Gewinner darf sagen, okay, ich fang an, oder du fängst an. Das ist immer die beste Regel, der Gewinner darf aussuchen. Damit beginnt du, du bist der Verlierer. Alles klar, ich bin ultra gespannt. Let's go. Vielleicht ist das auch direkt eine geile Art und Weise, auch hier neue Freunde zu finden, weißt du? Wenn jetzt hier zum Beispiel... Ey, Simon, falls du mich irgendwann als Freund haben willst, ruf mich an. Ruf mich an. Ich bin tatsächlich, ey, ich bin tatsächlich nächste Zeit noch ein paar Mal in Köln. Real Talk. Also Real Talk, Simon. Ich bin tatsächlich in Köln demnächst. Es kommt und dann auch, äh, steht da rummachen oder so. Genau, Tanzverbot rummachen, das ist die, das ist die Freundschaft. Schlecht drin. Okay, wir haben... Uh, Sonny Lutz. Okay, du darfst nicht hingucken, okay? Hab ich, hab ich jetzt, recht nicht, okay. Pamela Reif, Alter. Okay, 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 Freunde. Oh, wir müssen erst die Situation, wir müssen erst die Situation abchecken. True, true, true. Die Leute sind so random schon, ja? Okay, jetzt schauen wir mal, was wir mit denen machen müssen. Ich bin das jetzt schon zu witzig. Also als Option haben wir... An der Unterwäsche riechen. In die Sauna gehen. Unangenehm. Tandem Fahrt nach Italien. Okay, geil. Okay, okay, Freunde, okay. Also. 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 Ähm. Also. Ich würde sagen, Freunde. Ich würde an der Unterhose von Julian Bam riechen. Aber, Leute, aber. Aber. Nur weil ich Ju von allen drei am besten kenne. Diese Pamela kenne ich gar nicht. Also weder von jetzt YouTube-mäßig noch in Real. Und Sunny Loops habe ich einmal erst gesehen, in echt. Ähm. Und es wäre am unweirdesten, wenn ich an der Unterhose von Ju schnüffeln würde. Schnüffeln hört sich falsch an. Aber. Wisst ihr, ich meine so. Klar, es macht man trotzdem nicht. Aber. Da kann man das noch so auf einen komischen Freundschafts-Move machen. Es wäre auf jeden Fall bei allen anderen komisch. Deswegen. Unterhose schnüffeln bei Ju. Sauna gehen. Würde ich tatsächlich mit Sunny Loops machen. Und dann Tandem fahren mit dieser Pamela, damit ich sie kennenlerne. Weil die kenne ich noch gar nicht. Mit Sunny habe ich schon mal ein bisschen geredet. Und die kenne ich halt von YouTube so. Und diese Pamela, Pamela kenne ich gar nicht. Und dann lädt man sich kennen so. Direkt easy. Easy win. Easy win. Also an der Unterwäsche riechen. Easy win. Ganz klar Julian Bam. Ne. Also das ist ganz klar nicht Julian Bam. Okay. Pamela Reif und Sunny Loops sind halt beide. Hä? Ja gut. Ja okay. Aber ich kenne wie gesagt nur Ju am so richtig irgendwie. Richtig sage ich mal. Deswegen. Bei den anderen beiden wäre es richtig weird, wenn man sich so gar nicht kennt. Du wärst so weird, Alter. Ladies? Sind die so dein Typ, würdest du sagen? Ja, voll krank. Okay. Auf jeden Fall. Beide. Pamela Reif ist aber super sportlich. Ich meine mit der könntest du auch easy da fahren. Kenn ich nicht, Digga. Da musst du wenigstens wahrscheinlich bei Pamela machen. Real talk. Das Ding ist ja, Schweiß riecht eklig, sobald es irgendwie einen Tag rumliegt. Aber in dem Moment, wo man Sport macht und wenn die Pamela ankommen würde und gerade so richtig am Fitness machen ist. Okay, das ist krank, was du jetzt sagst. Dann willst du richtig gerne mal daran riechen oder was? Ich weiß nicht. Was? Also bei Sunny weiß ich auf jeden Fall, dass sie definitiv den ganzen Tag umher rumliegt und um Donuts ist. Von dem her, also da war es wahrscheinlich sonst dran sein. Deswegen mache ich eine Tandemfahrt mit Sunny jetzt. Okay. Weißt du mal, ich weiß gar nicht mehr. Tritt ich da gerade auf die Füße so, Sunny, ich glaube, äh. Also ich weiß nicht, wenn du Sunny nackt hin willst, würde ich mir in die Sauna gehen. Ach stimmt, warte mal. Ich habe diese Sauna gegen Gedanken gemacht, weil mir eigentlich eher so volles Bro-Erlebnis. Weil ich war letzte Woche mit Phil, mit Phil Laude zum ersten Mal so richtig fette Sauna machen einfach. Ach krass. Also wir müssen richtig nacktig gemacht. Habt ihr gegenseitig eure Spüche zu sehen? Ja, ja, ja. Nee. Okay, Leute, ich muss sagen, ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt, ab Minute 3,58 liebe ich offiziell den Kanal Simon Will Freunde. Ich liebe diesen Kanal jetzt schon. Boah, ich schwörs euch, ey, das ist wirklich ein richtig nicer Challenge, Freunde. Da gibt es ausnahmsweise mal ein Like für. Ey, voll nice, wie ehrlich und offen da alle sind in solchen Videos. Feier ich schon. Okay, weißt du was? Aus Liebe zu Marcel fahre ich einfach wirklich mit Sunny die Tandemfahrt. Ehre, Mann. Weil ich will Sunny gar nicht nackt sehen. Ehre. Versuchen, wenn die nicht gut sind. So mit ein Girl, ist ein Pointer, ist nicht gut. Deswegen gönne ich mir auf jeden Fall den Bro-Moment mit Ju. Geh mit ihm in die Sauna. Pamela, die Unterwäsche. Finde ich gut. Ich glaube, ich hätte es sehr ähnlich gemacht. Wir haben Julia Blutix. Okay. Wir haben Gronkh. Wir haben die drei Jungs von Ape Crime. Stell dir vor, die Tandemfahrt mit allen drei Ape Crimes sitzen aufeinander. Okay, was haben wir? Wir haben jetzt hier eine Familie gründen. Okay, ist das gerade das nicht reinkommen? Das wäre mit den Ape Crimes doch cool. Wie soll das funktionieren? Es ist einfach eigentlich aus physischen Gründen. Wie kann das mal so mit Julia gehen? Oh, nice. Beef anfangen. Das ist ein spannender Punkt. Oh, meme. Und wir haben YouTube-Kanal starten. YouTube-Kanal starten. Okay, also Freunde. Familie gründen mit Julia aus Obvious Reasons. Beef anfangen würde ich machen mit Gronkh. Weil Gronkh ist jemand, das ist so ein Urgestein, so ein Großvater von YouTube. Der würde nicht zurückschießen. Der würde sagen, ja, der kleine Furz, Flöderflöder, er kennt mich halt nicht mal. Er würde, dem wäre das egal. Das heißt, der Beef wäre schnell vorbei und alles ist wieder Friede vor der Eierkuchen. Und einen YouTube-Kanal starten mit den Ape Crimes Jungs, weil die fucking awesome sind, Alter. Die machen nice and stuff, die sind immer gut drauf. 300 IQ Flo, move wieder hier, Freunde. Ich habe das Beste vom Besten wieder ausgesucht. Nice, Digga, das ist gar nicht so schwer. Erstmal, der Familie gründen mit Julia Beautix liegt auf der Hand wie diese biologische Gründe. Das würde ich schon mal machen. Auch wenn die Gronkh-Familie wäre auch witzig, aber ich werde Julia dafür nehmen. Aber das heißt, heutzutage ist es ja wirklich auch eines der Probleme. Ich bin auch voll dafür. Wir sind ein Kind adoptieren, alles nur ran. Das geht auch jedem Fall. Familie starten muss ja nicht gleich biologisches Kind halten. Weißt du, wer mein Lieblings-Youtuber ist? Doppelpieße. Ist tatsächlich Gronkh. Echt? Ich habe früher so viele Let's Plays von ihm gesehen. Ah, irre. Und deswegen wäre es für mich wirklich ein Traum, mit ihm einen YouTube-Kanal zu starten. Ich würde niemals in dem Beef anfangen. Das würde ich auch auf jeden Fall reinziehen. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Kanal wird, aber... Ja, Beef mit dem ApeCrab, Jungs, ist hart, weil es sind genau drei, drei direkt gegen dich. Es würde ein Kanal werden, um mit den ApeCrab-Leuten, was auch ich... Mit denen habe ich bisher noch nie was persönlich zu tun gehabt. Ich muss auch noch mal kurz Props an Simon geben. Dieses Layout gefällt mir mega gut hier unten. Dieses... Ich weiß nicht, was das ist so... Wie nennt man das? Das ist ja nicht so eine... Das ist so ein bisschen gekritzelt. Und auch hier mit diesen Emoticons, so dieses Kritzel-Ding so ein bisschen. Aber es ist wirklich schön, auch diese Sound-Effekte und so. Es ist ein wirklich schönes Kanal-Design. Noch nie getroffen. Aber es würde halt hart polarisieren. Es würde gut funktionieren, wenn ich mit denen richtig ein Brief anfangen würde. Willst du einfach mal straight in die Kamera jetzt mal einfach ein Brief anfangen? Also halt auf Reel? Ähm... Hey, ihr von Elfcrime ist halt richtig doof. Ich warte auf eure Antwort. Nächte Jungs. Was? Stimmt, würde Klicks bringen. Man muss natürlich auch ein YouTuber an Klicks denken. Kacke. Leute, deswegen laufen meine Klicks nicht so gut. Ich denke falsch. Blindziehen müssen jetzt erstmal wieder die Menschen. Ich denke falsch. Wir haben Melina-Sophie. Okay. Die ist in letzter Zeit, muss man sagen, gerade was Instagram angeht, durchaus... Geht ihr wieder ab, ne? Wird ihr auch das eine oder andere gezeigt, ne? Weil ihr gerade... Genau, genau. Ein bisschen Freizügiger auf jeden Fall, so. Was? Leute, habe ich da was verpasst? Melina-Sophie-Instagram öffnet? Weißt du, was sie damit ausdrücken will? Ob sie das stärker ausdrücken will? So Körper-Possibility und so. Das kann ich schon sagen, ja. Annie the Duck. Aha. Julienko. Oh Gott, das ist eine weirde Kombination. So, wir haben eine Nacht im Hotel verbringen. Okay. Okay, muss erstmal gar nichts heißen. In den Boxring steigen. Puh! Und... Okay. DC lutschen. Okay, Freunde, jetzt wird's so weird. Jetzt wird's so weird. Alles, was ich jetzt sagen kann und wird gegen mich verwendet in der Zukunft. Also, ich würde in den Boxring steigen mit Julienko. Und jetzt no offense gegen Julienko, aber ich würde denken, dass ich gegen ihn die besten Chancen habe, weil ich selber nicht der Stärkste bin und ich tatsächlich Anissa und Melina sehr stark einschätze. Ich weiß nicht, warum. Sorry, Julienko, Bro, aber ich würde ihn... Ja, da ist jetzt halt so passiert. Dann, eine Nacht im Hotel verbringen heißt auch nichts. Da kann man ja einfach auch ein bisschen chillen, ein bisschen Serien gucken und... Boah, tough. Tough. Ich würde aber sagen, ich glaube, eine Nacht im Hotel verbringen, ein bisschen Netflix. Ohne Chill, Freunde. Einfach nur Netflix. Mit Melina Sophie, ein bisschen chillen, weil ich glaube, sie ist ein cooler Mensch. Ich habe sie noch nie kennengelernt, aber ich glaube, sie ist eine coole Art Mensch. Sie ist sehr gechillt. Ich mag ihren Stuff. Ich mag ihren Humor sehr gerne. Und dann, ja, Freunde, muss ich leider natürlich an einem C von Anni ein bisschen Speichel hinterlassen. Aber das war jetzt auch Schlussverfahren tatsächlich. Gut. Moin. Real Talk, ich finde, ich feier Füße, aber echt nicht, Leute. Es gibt Leute, die finden Füße richtig eklig. Ich finde die Füße nicht krass eklig, aber das sind halt so nicht das niceste Körperteile. Aber ich würde sagen, dieses Einnacht im Hotel verbringen ist schon eindeutig, in welche Richtung es geht. Da hast du die große Frage. Ja, gut, aber Freunde, da habe ich jetzt natürlich schon meine Antwort abgegeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, das würde ich mit Julienko machen. Dann würde es richtig durchgeblankt, der Julienko. Ach so, ich habe da nicht die Wahl zu sagen. Nein, nein, genau. Das ist das, also im Grunde ist das ein Prinzip. Das ist ein Synonym für One Night Stand. Im Prinzip beinhaltet, dass das Gegenüber auch nicht Bock hat. Ja, okay, dann sorry an Melina. Dann tut es mir sehr leid, Melina. Sorry, Real Talk vom Herzen. Genau, ja. Die würden mich aber durchnehmen, egal was kommt. Julienko hätte richtig Bock. Wenn er in die Boxing steigt, dann hätte er auch nicht für mich zu verprügeln. Ja, genau, aber du hast auch Bock, die andere Person zu steigen. Ja, ja, definitiv. Also eigentlich ist das wieder gut zuzuordnen. Ich finde es auch absolut gut zuzuordnen. Ich auch. Weil ich halt echt kein Frauensteiger sein würde. Also auch so ein Chris Brown. Das ist sowieso, sowieso true. Sowieso. Der würde halt hart verprügelt werden, Melina. Ey, Real Talk ist so. Ich glaube echt, man hat gegen Julienko die besten Chance. Wir sind ja Freunde jetzt. Dann, Anni the Duck. Ich habe mit Anni halt auch schon mal gedreht. Damals bei Juni with Wiseau. Und wir hatten echt eine witzige Verbindung und so. Deswegen wäre es bestimmt auch cool, wenn ich sage, hey. Kann man ja auch ausweiten. Auf so einen C lutschen mal. Vielleicht wird noch anderes gelutscht. Ey, aber same, Alter, same. Simon und ich, wir verstehen uns. Wir sind wirklich einfach ein schönes Pärchen auch. Also, ey, Simon, falls du irgendwann mal irgendwie eine Tarnbeziehung brauchst oder so. Ich bin für dich da, Bruder. Sag Bescheid. Ich bin ja Sophie hier. Dann kriegst du deine Hose auch wieder, Bro. Ist du mir leid, Digger. Ich hätte sie zwischenzeitlich einmal noch an. Aber nur ganz kurz. Wirklich nur ganz kurz. Weil ich keine andere Möglichkeit hatte, muss sie sie einmal anziehen. Aber ich habe sie schon einmal gewaschen. Also, alles cool. Officially. Okay. Mein Date. Also, auch wenn sie wahrscheinlich nicht so Bock drauf hätte. Ach, stimmt. Ja, ich wollte keine vergessen. Die sind einfach lesbischen. Ja? Scheiße, Mann. Boah, Digger, das würde ja nicht machen. Du machst so ein Rape aushatmen. Ich muss sagen, ich liebe diesen Channel jetzt schon, Leute. Einfach, weil Simon hier so ist, wie er in echt ist. Also, nicht, dass er in seinen anderen Videos nicht so ist. Aber hier wird nichts rausgekattet. Hier wird einfach alles drin gelassen. So, was man so sagt. Privat. Ja, warte mal, muss ich das dann nochmal mindestens muss jetzt machen. Melina, es tut mir leid. Ich hoffe, vielleicht hast du... Ey, voll der coole Kanal, Mann. Ein bisschen B. Scheinert nie. So, wir können ja auch mal kommentieren, auch mal sieben, was ehrliches auch gemeldet. Sowieso, sowieso. Immer gerne mitspielen, Leute. Leute, ich bin doch der Beste. Wir haben übrigens auch noch einen Teil gedreht. Richtig, genau. Sorry, Bastard Wärmung, Alter. Alles was, elegant. Also, wie gesagt, mein Kanal hier hat... Freunde, schreibt gerne mal rein, sollen wir uns den Teil von lieben Jonas auch noch ansehen? Sag Bescheid. Ich bin hier nur für einen Push. War das schon gar nicht auf deinem Hauptkampf hochgeladen? Hey, Aaron haben wir. Okay. Aaron hat eben noch getroffen. Tatsächlich. Eben hat eben noch den C gelutscht. Marcel Scorpion, okay, das war eine gefährliche Runde, Alter. Kevin Wolter, Digga. Uuuuh, Alter, da muss man aufpassen. Drei sehr, wie soll ich sagen, sehr starke Personalities, die gerne auch mal alle drei austeilen. Kevin Wolter vielleicht nicht verbal, sondern eher körperlich, aber, äh, okay? Fakt, Digga. Das ist eine reine Boys-Grunde, das ist, äh, das ist gefährlich, weil die Situationen, die wir reingeschrieben haben, sind nicht selten. Ja, ne, damit zu viel Fall ist ein Homo-Action. Von Kopf bis Fuß ablecken. Digga, von Kopf bis Fuß ablecken, weißt du? Ey, Digga, wenn du das bei Captain Wolf machst, dann bist du halt komplett ein Jahr beschäftigt. Den hintert rasieren lassen von der Person. Okay. Okay. Ich bin halt nicht von Hey Aaron, mir den hintert rasieren lassen. Ich wollte es gerade sagen, Hey Aaron ist der Hälfte, wo es mir maximal unangenehm wäre. Der würde die ganze Zeit so wackige Kommentare über deine Arschhaare ablassen. True, true, true. Brandfakt, äh, gerade, ich hab nicht viele Arschhaare. Also, ich, ich, ich glaube, jeder Junge... Auch nicht in dem Arschschlitz? Bei mir ist das ganz andere Ding. Ich hab auf meiner linken Arschbarke halt so eine Narbe. Ähm, die ist richtig groß. Wie, wie, wie ist die der Hände da hingekommen? Und da wachsen halt so keine Haare drauf, und es ist so dumm rum halt schon, das ist so richtig witzig. Geil, wie so ein Grand Canyon durch so ein Wald. Das ist... Nein, was ist los? Okay, und wir haben auch Liebesongs schreiben. Okay, 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 Freunde, das ist für mich wieder recht easy. Ich würde den lieben, ähm, boah. So, ich würde schätzen, na, ich, ich würde Aaron von oben bis unten abschlecken, weil ich denke, er ist von allen drei der unbehaarteste. Ich weiß nicht, wie ich diesen Fakt schließe, aber Marcel hat natürlich so Gesichtsbehaarung und Kevin Wolters allgemein sehr behaart. Das sieht man ja immer, wenn er seine wunderbare männliche Brust zeigt. Deswegen würde ich das bei Aaron machen, den Hintern rasieren, würde ich mir von Kevin Wolter lassen. Ich würde von Kevin Wolter den Hintern rasieren lassen, weil ich glaube, Kevin ist so ein richtiger, entspannter Dude. Ich schaue mir seine Retalk-Interviews sehr, sehr gerne an. Und dann hat man da eigentlich eine gute Connection, hat was, worüber man reden kann. Und dann würde ich einen Liebessong für Marcel Scorpion schreiben, weil ich hoffe, dass er darauf reagiert und dann gibt's Klicks. Also zum Glück, ich habe keine Ahnung, Digga, was ich mache. Schlau, schlau, schlau. Marcel ist ein guter Freund von mir, dem würde ich gerne einen Liebessong schreiben. Und ich möchte nicht, dass er mir mit dem Hintern rasiert. Same. Wie wäre es mit dem Vorschlag bei Marcel vielleicht, dich da den ganzen Körper abzuschlecken, weil das ist jetzt auch kein Front, aber Marcel ist ja wirklich jetzt nicht so der Schrank schlechter. Ja. Deswegen wärst du halt schnell durch, mein Liebessong. Weißt du? Weil es gibt nicht so viel zu lecken. Ich habe auch ein bisschen Angst vor Kevin Wolter, deswegen, ich glaube, ich würde tatsächlich nach deinem Tipp Marcel ablecken, weil da am wenigsten Körpermasse generell erfüllen ist, die man ablecken kann. Mir geht es darum einfach Risikominimierung. Okay, schlau. Ja, den Liebessong werde ich an Kevin schreiben aus reinen Respektgründen, aus Angstgründen. Ah, okay. Ah. Ich dachte so aus dem Grund, weil ihm man dann theoretisch nicht unbedingt begegnen muss. Ja, man kann den Song einfach schreiben. Schreibt den Liebessong. Und dann warst du es. Genau. Okay. Vielleicht kriegt er auch einen Liebessong zurück. Okay. Ich würde mich auch freuen. Von Kevin Wolter würde mich das freuen. Ich würde mit Kevin Wolter gerne mal trainieren, tatsächlich. Same. Leute, wenn ihr gerade Touch habt zu Kevin Wolter in Form von Instagram, DMs und sowas, dann gerne mal bombardieren. Ich glaube, der könnte mich immer andere Liga auseinandernehmen. Entweder ihr schreibt ihm, dass er mit ihm trainieren geht, oder dass ich bald einen Liebessong an ihn schreibe. Aber da habe ich beides, genau. Ja, und es bleibt übrig, hey Aaron, der mit den Hintern rasieren wird, was ich nicht gut finde. Nee, das ist maximal unangenehm. Maximal unangenehm. Das ist die unangenehste Situation von allen. Würde ich nicht machen. Der würde sich so lustig machen, der würde den kleinen Finger aus Versehen reinrutschen lassen in den Hintern. Ich kenne ihn doch, Alter. Ah, scheiße. Ach so, dann musst du es doch machen. Nee, nee, nee. Wie gesagt, ich habe mich viele Arschhare. Es wird sehr schnell vorbei sein. Also, Aaron, wenn du das siehst, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Letzte Runde für dieses Video. Ja. Oh, ich bedauere es fast schon ein bisschen. Also, es macht Spaß, muss ich sagen. Ich finde es auch geil. Ist echt nice. Aber ich finde auch diese Vorstellung cool. Es öffnet neue Räume für Kreativität. Es zeigt dann Dinge, die man einfach mit Menschen auch machen kann. Genau. So, wir haben Inscope 21. Okay, okay. Nicht den gucken. Ach so, ich nehme es ja erst raus und dann gucke ich dazu. Xlater. Kennst du sie? Julia? Heißt sie auch Julia? Oh fuck, vielleicht ist sie nicht öffentlich, ne? Ich habe gar... Das ist manchmal aber echt dumm bei manchen Leuten, wenn man den Namen kennt und ihn nicht sagen darf. Mein Name ist auf jeden Vornamen nicht. Mein Vorname ist... Julia! Dritte Person ist Simon Desiom. Nice, Alter. Mit zwei Kreuz und einem Girl, das ist definitiv nicht nice. Nächste Beziehung. Digga, safe Simon Desiom. Aber das ist Simon, Simon, nice. Heiraten. Oh, nächste Beziehung und heiraten. What the fuck? Sonst jetzt bin ich gefickt. Was ist das? Zusammen kacken. Okay, zusammen kacken gegen safe. Safe mit Inscope. Safe mit Inscope zusammen kacken gehen, weil es maximal das Lustigste auf der Welt wäre. Glaube ich. Weil ich Nico als einfach... Ich feiere seinen Humor. Baby Delfin ab und zu. Feiert aber echt. Feiert seinen Humor sehr, sehr. Und das wäre einfach maximal lustig. Nächste Beziehung. Dann safe. Oh, wobei ist schwer. Okay, nächste Beziehung mit Simon Desiom. Für einen Tag Schluss machen. Und dann die... Xlater. Heißt die Xlater? Later. Whatever. Heiraten, Freunde. Vertraut mir. Ich denke immer um drei Ecken. Zusammen kacken gehen habe ich gefühlt mit Simon Desiom schon gemacht, weil der in einem seinen ersten Videos irgendwie so eine Szene wie mit offener Tür kackt. Deswegen habe ich das Gefühl, ich habe eh schon erlebt, dieses Trauma habe ich dann erfahren. Ah, das stimmt. Ich kann es so easy einfach nochmal machen. Okay. Deswegen Simon, wenn du es gerade siehst, trau mich einfach, dann kannst du bei mir vorbeikommen, dann gehen wir zu. Du hast mir halt vorgestellt, dass der eine sich schon mal hinsetzt und der andere lässt sich auf den Schoß drauf. Oh, jetzt wird es halt unangenehm, Alter. Ja. Heiraten, nächste Beziehung, Inscope oder Xlater. Also ich hätte echt keinen Bock, Nico zu heiraten. Der Typ ist erstens auf jeden Fall anders so. Mach den Schlau-Muf. Mach den Schlau-Muf wie ich. Ich kenne ihn ja schon voll gut. Also Inscope und ich haben so voll die langjährige Freundschaft, die so voll weit zurückgeht. Ey, true, true. Damals so mit Junggesellen die Effekte. Dann hatten sie oftmals diese Kooperation, dass die Junggesellen bei Inscope dabei waren. Habe ich früher alles mitverfolgt. Da habe ich noch gar kein YouTube gemacht. Da habe ich noch gar kein YouTube gemacht und habe schon das geguckt. Und jetzt liegt Simon Wills Hose bei mir im Schrank, Leute. So können sich die Zeiten ändern. Das ist crazy. Ja, ja. Ich halte doch gerade das Thema an. Ich habe gerade schon überlegt. Ja, ne. Das ist eine Beziehung, willst du, ne? Vielleicht ist das aber gerade auch ein Zeichen. Ne, egal. Ne, ne. Nico, wir können es auf jeden Fall noch mal zusammen versuchen. Mit einer Beziehung, aber schon mit dem Prefix, dass es wahrscheinlich definitiv zu Ende wird von meiner Seite aus auf jeden Fall Schluss machen. Okay. Und dann ex-late heiraten. Weil, stopp, du bist tatsächlich gar nicht. Gute Wahl. Du siehst ja eigentlich auch in einer Beziehung gerade, aber es... Oh. 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 Ja, über dezenten... Ja, muss man halt einfach drüber hinweggucken. Sorry. Du hast das Ergebnis auch, dass man in einer Beziehung ist und trotzdem mit ihm heiratet will? Ja, man kann ja auch zwei Leute auf einmal heiraten. Sexual harassment! Okay. Mit dem ist so gut wie alles noch ist. Ja, glaube ich auch. Gefühle ich. Joyce. 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 Super sweet auf jeden Fall. Ja. Also auch mega, mega, mega die coole Person. Und Dagi Bee. Und Dagi Bee, okay. Dagi ist tatsächlich die Einzige, die ich persönlich kenne. Auch wenn man das nicht gedacht hätte. Okay, wir schauen, was da rauskommt. Boah, das sind echt drei Jackpot-Menschen. Ja, das sind drei sehr korrekte Menschen, glaube ich. Diss Track gegen aufnehmen. Also gegen eine Person muss man Diss Track rausnehmen. Okay, ich weiß schon, ich würde Save gegen Rob und Diss Track aufnehmen, weil da was Nices zurückkommen würde. Wenn man Rob und Diss Track schreibt, würde da was Nices zurückkommen, denke ich. Klar, dass du so drei übelst korrekte Menschen bekommst und dann einfach was voll nirgends ist. Save gegen Rob. Schlägerei anfangen. Schlägerei, oh, ei, okay, ich nehm alles zurück, ich nehm alles zurück, Freunde. Schlägerei gegen Rob. Schlägerei gegen Rob, weil man möchte kein Frauenschläger sein. Was? Achso, bis nur negative Sachen kommen. Und? Fette Umarmung geben. Ja, okay. Okay, okay, gegen Rob, Schlägerei, Diss Track gegen Joyce, Fette Umarmung gegen Dagi. Fette Umarmung mit Dagi machen. Hat sich jetzt auch falsch angehört, aber, äh. Immerhin. Eine Fette Umarmung geben, boah, alter, das ist richtig schwer. Boah, du hast da wieder, ehrlich wie ich, vorhin stehst du vor der Rihanna Chris Brown-Bad. Also, weißt du, so ein Schlägerei mit Dagi wäre absolut lustig mal. Und ich glaube, ich würde so aufs Maul kriegen. Aber, äh, ich mach das auch wieder, Forma-halber, mach ich, ich mach das mit Crispy Rob. True, true, muss man. Digga, das russische Gene, boah, er ist ein stämmiger Typ, also, er hat noch Kraft toll. Wir fangen das an, wir fangen das an, aber wir wissen, dass es sehr schnell vorbei sein wird. Vielen Dank trotzdem. Diss Track, alle, hab ich absolut Lust. Ey, uh. Und Diss Track mach ich auch rein aus Promo-Gründen. Das mach ich natürlich dann gegen Dagi, auch wenn Dagi echt gerne noch umarmen würde. Aber, weißt du, ein Diss Track gegen Dagi würde polarisieren auch nicht? Würde polarisieren und vor allem hat sie ja auch einen schon gemacht, diesen Diss Track irgendwie gegen sich selbst. Ah, scheinst du ja irgendwie, dass sie alles gleich haben würde. Ja, ich hab wieder nicht nach Promo-Gründen gedacht, Leute. Das ist ja professionell, Dagi ist professionell. Mhm. Nee. Die Clips sind echt gut. Die Clips sind echt gut. Ich hab schon ein paar Mal, glaub ich, mal bei so Begrüßungen, aber eine fette Umarmung hab ich ihr noch nicht gegeben. Ich glaub schon, weil wir waren ein paar Mal so richtig aggressiv saufen, so. Sauer. Nein, saufen. Ach, saufen. Wir hatten schon den ein oder anderen. Manchmal auch beides gleichzeitig. Wo schon der ein oder andere Tropfen da geflossen ist. Genau. Nicht nur Alkohol. Ich liebe auch einfach fette Umarmungen, muss man dazu sagen. Man share it einfach in diesem... Das stimmt aber und Simon, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, Leute. Simon gibt sehr gute, fette Umarmungen. Man fühlt sich echt... Ich übertreibe die Leute, man fühlt sich sehr geborgen. In dem Moment, man fühlt sich sehr geborgen. Es war ein schöner... Es waren... Wir hatten mehrere. Ich weiß nicht warum, aber wir hatten dann im Abend mehrere feste Umarmungen. Mehr werde ich nicht erzählen jetzt, Leute. Aber es war sehr schön. Im Moment einfach so richtig krank. True. Ey, true, true. Ist das gerade so ein Cringe-Moment, wo ich dich umarmen müsste? Achso. Nein, oder? Das war jetzt keine Handspielung. Also wir könnten mal gucken so. Also ich meine, das geht ja um Freunde finden so. Das wäre auch ein schöner Übergang zum Deinem Video dann. Okay? Okay? Also Leute, dann könnt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal aufs Klicken bereitstellen. Nice, Mann. Wir gucken, dass wir diese Umarmungen sehr erben. Das war ein cooles Video, Alter. Wenn ihr wollt, solche Videos kommen, dann bis Freunde. Das ist ein fucking neuer Kanal. Ist das richtig? Also wisst ihr, ihr müsst ihr Gas geben, Leute. Wirklich kommentieren. Simon wartet voll auf die Umarmung. Man sieht's richtig. Und auf jeden Fall das Abo dalassen. Denn jetzt kommen hier ganz viele Freundschaftssachen, ne? Ja. Genau. Wir können auch nichts jetzt, Alter. Okay. Ach, Bruder. Vielen, vielen Dank. Nee, wirklich, ich fand's wirklich wunderschön. Das war echt ne... Die Brust spürt man. Die Brust spürt man. Ähm. Danke. Ice out. Dann sieht man das. Absolut alles. Mein Kopf ist auch ice out. Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Harday. Alles cool. Nee, ich hab noch... Mega cool, Mann. Auch ich, ich liebe halt dieses Layout auch einfach. Ich dachte ganz kurz, okay, warum zu erlater jetzt Julienko verlinkt, aber es ist der liebe Jonas, Freunde. Cooles Video, Alter. Sehr, sehr cooles Video. Geht auf jeden Fall alle rauf auf den neuen Channel von Simon Will Freunde und lasst dort nochmal gut die Abos hageln, ja? Gut, Freunde, willkommen zu einem kleinen Mini-Fazit. Extrem nicees Video, finde ich. Schön gecuttet. Ähm. Schön offen und ehrlich beantwortet. Cooles Format noch mit einem kleinen Twist drin, mit dieser Situation. Und auch ein bisschen Re-Talk drin. Also wirklich ein bisschen Re-Talk drin. Ähm, fand ich nicht schlecht, hat mir gut gefallen, Freunde. Kann man auf jeden Fall raufgehen, den Daumen nach oben da lassen. Und Simon, schreib mir. Re-Talk, ich bin, ich, oder ich schreib dir, ich bin bald in Köln, Alter. Ich bin bald in Köln, vielleicht können wir es sehen. Ich schau nochmal. Ich kann auf jeden Fall die Hose mitnehmen. Ach, Friends, das, naja, egal. Gut, Freunde, wir sehen uns, habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.